Hi und willkommen bei Westmünsterland BBQ. Heute wird es richtig herzhaft, heute wird es lecker, aber mega simpel. Wir machen Bratwurst vom Smoker und natürlich noch ein paar Sachen dazu. Freut euch drauf. In einem der letzten Videos habe ich euch ja versprochen, da wird noch was kommen, nachdem wir unser Ham Jam gemacht haben, also die Schinkenmarmelade. Schön Schinken mit Zwiebeln und lauter guten Zutaten richtig schön einköcheln lassen. Und da ist jetzt halt diese Marmelade raus geworden, die sich natürlich auch eine ganze Weile im Kühlschrank hält und die duftet so herrlich. Und das ist genau richtig, um dazu ein paar Würstchen zu smoken und da so einen kleinen Hotdog rauszumachen. Und auch diese Würstchen habe ich ja schon mal gemacht in Verbindung mit einem anderen Video und die waren so lecker, dass ich gesagt habe, da muss ich unbedingt ein eigenes Video von machen, damit die Leute das auch genau wissen, wonach sie suchen müssen. Und das ist wirklich, wirklich völlig einfach. Ihr braucht einen Smoker oder einen Kugelgrill oder einen Gasgrill, irgendwas, womit ihr smoken könnt. Im Backoffen geht es nicht, ne? Geht auch, könnte aber leicht einen Unmut der Ehefrau hervorrufen. Von daher machen wir es am besten draußen, so wie hier. Ja, ich habe mir hier ein paar gute Würstchen besorgt vom Fleischer und das sind einfach grobe Bratwürstchen. Ein paar gute grobe Bratwürstchen, die solltet ihr tatsächlich auch dafür kaufen. Man merkt es, wenn die gesmoked sind an der Farbe, an der Konsistenz, dass die einfach besser sind, wenn man da eine vernünftige Qualität sich aussucht. Ja, und die schmeißen wir jetzt auf den Smoker, den habe ich schon mal vorgeheizt. Darum, ihr seht wahrscheinlich schon ein bisschen Rauch hier. Und man hört es auch, 110 Grad circa, da kommen die jetzt für anderthalb Stunden drauf und mehr brauchen die ja gar nicht. Die sind schon vorgewürzt, also komplett fertig. Einfach nur smoken und man ist einfach schon fast am Ende. Ich habe den Brolking Pallet Smoker, den Regal und ja, man sieht hier schon eine leichte Differenz. Er zeigt hier 106 Grad an. Ich habe mal einen Thermometer daneben gestellt, dass es gerade ausgeht. 119 Grad. Das heißt, da ist eine leichte Differenz. Sollte man immer beachten, wenn man mit dem Gerät arbeitet. Ansonsten ein sehr schönes, massives Teil. Ja, da geben wir jetzt unsere Würste mit drauf. So, ein bisschen Abstand der Würstchen zueinander, damit überall ein bisschen Rauch hinkommt. Und dann, wie gesagt, 110 Grad, anderthalb Stunden. Dann sollten sie eigentlich eine gute Temperatur haben und richtig, richtig schöne Farbe. Anderthalb Stunden sind jetzt rum. Und jetzt zeige ich euch noch, was wir natürlich noch dazu machen. Ich habe nochmal die Subway Parmesan Oregano Subs gemacht und dann in etwas kleiner, dass sie als Hotdog Brötchen reichen. Mega lecker, wirklich super, super fluffig, richtig schön weich, wie es sein soll, nicht so hart. Und ja, ich verlinke euch die natürlich. Die sind richtig beliebt. Bisher ausschließlich positive Rezessionen gehabt dazu. Unbedingt mal ausprobieren. Egal, ob ihr jetzt ein großes Baguette macht, ein Sub macht oder als Hotdog. Funktioniert auf jeden Fall und schmeckt wirklich, wirklich gut. Ja, dann werde ich dazu gleich nochmal so ein paar eingelegte Zwiebeln benutzen. Ihr seht schon, heute ist Tag der vergangenen Videos. Aber es ist gut, wenn man halt mal so ein paar Beilagen, mein Gott, Beilagen gemacht hat bisher. Und dann feststellt, man kann das irgendwie auch gut kombinieren. Ist doch praktisch. Ich verlinke euch alles, was ihr hier so seht und schreibe es natürlich auch in die Videobeschreibung. Die Links, dann braucht ihr nur noch klicken. Ansonsten, ja, wenn euch das gefällt natürlich, was ihr da so beim Stöbern vielleicht noch entdeckt oder auch dieses Video, hinterlasst mir natürlich ein Abo. Würde mich besonders freuen. Aber ansonsten fangen wir jetzt endlich mal an hier mit dem Belegen. Komm, André, wir gehen mal zum Smoker. Ich zeige euch die Würstchen erstmal. Die Blauforgen? Ja. Ja. Fantastisch. So, ich schneide mal eine an. Jetzt seht ihr, das piept noch. Jetzt könnt ihr also wunderbar sehen, wie die von innen aussieht. Ein wunderschöner Rauchring. Und wenn ich jetzt mal drauf drücke, seht ihr auch, wie saftig die noch sind. Richtig, richtig, richtig gut. Letzten Endes muss man überhaupt nichts machen. Also, die sind ja schon fertig gewürzt. Und die sind so lecker. Einfach auf den Smoker, einfach anderthalb Stunden warten und fertig. Und die schmecken so viel besser als diese klassische Art und Weise, wie man die Bratwürstchen einfach nur grillt. Absolut fantastisch. So, wir nehmen uns jetzt mal so ein Brötchen, so ein Sub, so ein Hotdog Bun, wie auch immer man das jetzt nennt. Schneiden das mal durch. Also, ihr seht schon, das ist noch echt schön fluffig. Es ist richtig schön weich. Von innen sehr schön geworden. Schneiden das nicht ganz durch. Da legen wir jetzt eine Wurst rein. Natürlich mal die größte hier. So, und jetzt. Nicht umkippen. Unseren Ham Jam. Das wird dermaßen lecker. Den habe ich schon ein bisschen aus dem Kühlschrank rausgenommen, damit er ein bisschen temperiert. Hält natürlich durchaus etwas länger im Kühlschrank. Da braucht man auch wirklich gar nicht viel dazu machen. Das reicht also. Da muss keine Soße nichts sein. Nichts. Die Wurst, die ist so saftig, da braucht man wirklich überhaupt keine Soße. Dann gehen wir einfach noch ein bisschen Käse drüber. Wer mag, kann sich den Käse natürlich noch überbacken. Das mache ich jetzt nicht. Ich spare mir das einfach. Dann haben wir hier noch, wie gesagt, die eingelegten Zwiebeln. Auch die halten sich wirklich lange im Kühlschrank. Die sind immer noch knusprig. Äh, knusprig nicht. Knusprig ist vielleicht der falsche Ausdruck. Genau. Aber die haben noch Biss. Genau, die haben noch Biss. Das wollte ich sagen. Knusprig. Die haben noch richtig Biss. Haben ein bisschen an Farbe eingebüßt natürlich jetzt, aber passt schon. So, haben wir das Ganze auch fertig und dann müssen wir natürlich probieren. Und dann testen wir mal an. Das ist so lecker. Es passt so gut zusammen. Das ist Wahnsinn. Oh, der Smoker ist aus. Der Smoker ist aus und man hat die Sektflöche meiner Frau auch gehört. Ach ne, es war Bier. Und meine Frau zeigt mir gerade einen Vogel. Ja, es ist schon morgens 7 Uhr, also... Alles in Ordnung. Also, wie gesagt, mega lecker, mega simpel. Probiert es unbedingt aus. Ihr werdet so begeistert sein. Es ist so lecker und wirklich einfach gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen hoch natürlich, freundlichen Kommentar. Freundlichen Kommentar werde ich gleich von meiner Frau auch noch kriegen. Und ja, Kanal abonnieren natürlich. Wespe weg. Tschüss, euer Rolf. Bis denn. So.